Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Gesundheitsversorgung in Niedersachsen ist schon bedroht. Das Krankenhaussterben hat schon längst begonnen. Der vorliegende Antrag der CDU, in dem heißt es, es handelt sich offenbar vom Bund um eine gewünschte unkontrollierte Strukturbereinigung. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass es tatsächlich so ist. Es ist mehr als drei Jahre her, dass die Fachleute der Enquete-Kommission dargelegt haben, wie es um die medizinische Versorgung in Niedersachsen aussieht und was zu tun ist, damit die medizinische Versorgung für die Zukunft sattelfest gemacht werden kann. Und was hat die aktuelle Regierung unternommen? Ich sage Ihnen, still ruht der See. Von einer handlungsfähigen und handlungswilligen Regierung dürfte man doch erwarten, dass sie schon längst effektive Maßnahmen ergriffen hätte. Aber was sehen wir? Stillstand. Insbesondere die Menschen in ländlichen Gebieten sind die Leidtragenden. Eines der besorgniserregenden Beispiele ist der Landkreis Holzminden. Seit Anfang des Jahres hat dieser Landkreis kein Krankenhaus mehr. Diese 71.000 Einwohner erleben jetzt diese unkontrollierte Strukturbereinigung hautnah. Stadt und Kreis wollten eine gemeinsame Finanzspritze in Höhe von rund 12.000 Euro aufbringen, damit wenigstens der Rumpfbetrieb dieses Krankenhauses erhalten bleibt. Und ich frage Sie, kann das die Antwort auf diese Regierung sein? Ich sage Ihnen ganz sicher nicht. Welche Auswirkungen Kliniksinsolvenzen auf die Versorgungssicherheit haben, das erleben sicherlich auch andere Bereiche. Nachdem das Krankenhaus Insolvenz angemeldet hat, kündigten, binnen weniger Tage 120 der rund 400 Mitarbeiter. In den entscheidenden Schlüsselpositionen gab es eine erosionsartige Kündigungswelle. Und damit war das Krankenhaus in Holzminden Geschichte. Stellt sich doch die Frage, wie viele Landkreise werden auch in Zukunft in Niedersachsen kein Krankenhaus mehr haben. Es ist zu befürchten, dass weitaus mehr Krankenhäuser ihre Pforten schließen müssen, bevor nämlich diese Krankenhausreform auf Bundesebene wirksam wird. Und was im Antrag allerdings nicht als Problem genannt wird, das ist die Tatsache, dass die Investitionskosten durch das Land seit Jahren nur zum Teil übernommen werden. Diese Finanzierungslücke wirkt sich wie ein Katalysator auf Klinikinsolvenzen aus. Über die Jahre hinweg muss eine enorme Finanzlücke entstanden sein. Und wie groß dieses Defizit wirklich ist, das habe ich die Landesregierung erst kürzlich gefragt. Und der Antwort sehe ich schon mit Spannung entgegen. Um die Ziele des Krankenhausgesetzes in Niedersachsen realisieren zu können, bedarf es insbesondere bei der Abstimmung zwischen Landes- und Bundesinteressen einer präzisen Ausarbeitung. Wir freuen uns auf die detaillierten Vorschläge zu diesem Antrag und auf die Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank.